Heute gibt es ein leckeres Alltagsbrot und zwar ein Roggenmischbrot mit 71% Roggenmehl. Ich backe das gerne so, dass diese knusprigen, tiefen Ausbünde entstehen. Nicht nur, weil es manchmal wie ein Blauwal aussieht, sondern auch, weil die Kanten satte Röstaromen reinbringen. Ich zeige aber am Ende auch, welche andere Möglichkeiten es gibt, so ein Roggenmischbrot zu formen. Das kann jeder machen, wie er will. Ich empfehle, das Brot im Bräter zu backen, dann bekommt man diese besonders knusprige Kruste. Das Brot ist ziemlich simpel und für Einsteiger gut geeignet. Für ein reines Natursauerteigbrot ist es mit 16 Stunden auch ziemlich schnell. Ich bekomme bei der Menge etwa 35 ordentliche Scheiben raus, von denen mich vier schon dicke satt machen. Der Arbeitsaufwand ist bei mir in Summe über alle Arbeitsschritte nur 18 Minuten inklusive Saubermachen. Los geht es mit dem Rezept und hier mit dem Sauerteig. Das hier ist das Anstellgut aus dem letzten Video. Du siehst, es geht also auch mit ganz jungen Sauerteigen. 100 Gramm davon mit etwa 286 Gramm warmem, aber noch nicht heißem Wasser und 286 Gramm Roggenvollkornmehl vermengen und abgedeckt verdoppeln lassen. Ein Glasbehälter hilft natürlich bei der Einschätzung der Gare. Bei etwa 21 Grad im Raum dauert es bei mir 12 Stunden bis zur Vollgare. Achte darauf, dass der Sauerteig wirklich bis zum Maximum aufgegangen ist und du diese offenen Poren auf der Oberfläche siehst. Ist das soweit, setzt du den Hauptteig an. Ich fange mit dem Honig an. Der bringt nochmal etwas andere Aromen mit ins Brot und hilft später, die Kruste noch dunkler zu machen. Darauf gebe ich dann das Wasser. Hier 240 Gramm bei 60 Grad Celsius, die bei mir so praktischerweise direkt aus dem Wasserhahn kommen, wenn ich ihn auf Anschlag stelle. Dazu noch 16 Gramm Salz und dann das Mehl. 232 Gramm Roggenmehl, Type 997 und 232 Gramm Weizenmehl, Type 550. Bitte nimm kein Dinkel stattdessen, denn dann wird die Krume krümelig. Ein Roggenmischrezept mit Dinkel verlinke ich dir unten. Dann noch den ganzen Sauerteig und es geht ans Mischen. Übrigens, ich verbacke hier so ziemlich die schwächsten Mehle, die man bekommen kann, nämlich Biomehle aus dem Supermarkt. Wenn du die gleichen Typen nimmst, solltest du also locker die gleiche Menge an Wasser nehmen können. Die Konsistenz ist direkt nach dem Mischen klebrig weich, aber gerade so, dass wenn man es schnell anfasst, noch nichts an den Fingern kleben bleibt. Der Teig und die Arbeitsplatte werden jetzt sofort bestäubt und der Teig auf die Arbeitsplatte gekippt. Die nicht bemehlte Seite sollte oben bleiben. Der Teig rastet jetzt so 10 Minuten lang, wodurch er sich gleich viel leichter verarbeiten lässt. In der Zwischenzeit kannst du geschwind alles spülen und dir einen Kaffee gönnen. Nach der kurzen Pause bestäubst du dir zuerst das Gärkörbchen. Dann geht es ans Formen. Es gibt etliche Wege, die hier zu einem guten Brot führen. Ich zeige dir jetzt meine Lieblingsvariation, die zur besagten wild aufgerissenen Kruste führt. Hände nass machen und den Teig platt drücken. Dadurch wird die Krume später feinporiger und gleichmäßiger. Der Weizenanteil ist zu gering, als dass man hier wirklich eine Spannung in den Teig bekommt und daher falte ich den Teig jetzt ganz simpel in die Mitte ein. Je schneller du den Teig hier bewegst, desto weniger klebt er. Jetzt müssen wir das überschüssige Mehl etwas zur Seite schaffen. Ich nutze hier den Teigling quasi als Wischer und dann wird die faltige Seite ordentlich bemehlt. Da ich einen ovalen Bräter und ein ovales Gärkörbchen verwende, forme ich auch den Teigling oval und dadurch, dass die Falten, man nennt diese auch Schluss, bemehlt sind, kleben sie gleich nicht zusammen und reißen daher später auch genau hier auf. Den Teigling drehe ich hier und er liegt also mit Schluss nach unten im Körbchen. Das überschüssige Mehl packe ich jetzt noch mit drauf. Die dicke Mehlschicht verhindert nämlich später das Festbacken und schafft einen schönen optischen Kontrast. Prüfe hier schon mal, wie der Teig sich anfühlt und wie hoch er im Körbchen steht, damit du den Unterschied zum reifen Teig später besser erfassen kannst. Es kann auch helfen, bei den ersten Malen einfach ein Foto oder ein kurzes Video vom Teigling aufzunehmen. Willst du selbst definieren, wie das Brot aufreißt, dann kannst du es auch mit Schluss nach oben ins Gärkörbchen geben. Achte darauf, dass du hierbei kein Mehl in den Schluss einbringst, sonst bekommst du solche dichteren Stellen, wie hier zu sehen. Du kannst auch ohne die Falten arbeiten und den Schluss mit feuchten Händen richtig verkleben. Lässt du den Teig dann sehr reif werden, geht der Teig im Ofen nicht mehr so stark auf und so bleiben auch die Risse weniger tief. Nachteilig ist hierbei, dass die Krume schnell etwas krümelig wird. Hier nochmal anschaulich, wann es zu viel des Guten wird. Schlägst du beim Formen solche tiefen Falten, wird das Brot gar nicht so richtig aufreißen, sondern eher in die Breite laufen, da ihm die Stabilität fehlt. Hier siehst du, wie es sich am Bräter abgestützt hat. Dieses Rezept ist auf Geschwindigkeit optimiert und daher wollen wir den Teig jetzt bei idealer Temperatur gehen lassen. Ich verwende als Gärkammer in diesem Fall ganz einfach meinen Ofen. Und zwar schalte ich diesen auf Ober-Unterhitze ein, die Temperatur hierbei ist egal, weil ich die Hand auf den Boden des Ofens lege und damit merke, sobald er warm wird. Dann schalte ich ihn direkt wieder aus und stelle eine Schale mit heißem Wasser zusammen mit dem Teigling in den Ofen. So entsteht eine feuchtwarme Atmosphäre, die mir im Inneren des Teiges eine Temperatur von etwa 28 Grad erhält. Nach 40 Minuten im Ofen nehme ich den Teig raus, damit ich den Ofen vorheizen kann. Man muss an dieser Stelle schon sehen und fühlen, dass der Teig etwas angesprungen ist, aber so richtig explodieren wird er erst während der Ofen vorheizt. Dazu den Teig natürlich entnehmen und den Bräter oder Backstein in den Ofen stellen und auf mindestens 230 Grad vorheizen. Ich drehe meinen Ofen auf Anschlag. Das sind gemessen fast 300 Grad und ich warte etwa eine halbe Stunde, bis er auf Temperatur ist. So sieht ein maximal reifer Teigling aus, der jetzt allerspätestens in den Ofen muss. Nicht wundern, hier habe ich mit Schluss nach oben geformt. Beim Schluss nach unten kann man die Reife auch gut an den Rissen sehen, die sich auf der glatten Fläche bilden. Also den heißen Bräter rausnehmen und das Brot möglichst mittig reinstürzen. Das muss man ein paar Mal gemacht haben, um korrekt zu treffen, aber auch wenn er an der Wand hängen bleibt, wird es trotzdem ein super Brot. Ist die glatte Seite oben, empfehle ich zumindest einen Schnitt zu setzen, damit der Teigling nicht an der Seite aufreißt. Ab in den Ofen damit und bei 230 Grad backen, bis der Teig innen 95 Grad hat. Bei mir sind das 30 Minuten, da ich den Bräter ja fast auf 300 Grad vorgeheizt hatte. Wenn dein Ofen nur 230 Grad erreicht, musst du schätzungsweise 50 Minuten lang backen. Nach der Zeit nehme ich den Deckel ab und backe jetzt nochmal 15 Minuten bei 210 Grad Umluft. Das bringt mir diese besonders dunkle und knusprige Kruste. Du lässt das Brot eben genau so lange drin, bis es deine gewünschte Farbe hat. Es hat im Inneren 98 Grad Celsius, wenn es durchgebacken ist. Ist das Brot fertig, solltest du es unbedingt aus dem Bräter nehmen, da es sonst auf der Unterseite schwitzt und du die schöne Kruste wieder zunichte machst. Am besten kühlt es auf einem Gitter aus. Lass es auch wirklich auskühlen, denn sonst schneidest du auch die Haltbarkeit in zwei und wirst eine schlechtere Krume bekommen. Das schriftliche Rezept und den anpassbaren Zeitplan gibt es wie immer auf resolo.de. Das habe ich aber natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Viel Spaß beim Nachbacken und lass mich bitte wissen, wie dir das Rezept gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.